Drei Banküberfälle. Nichts gestohlen. Was übersehen wir? Du hast mir heute gefehlt. Das ist nicht gut. Wir werden hier zum Narren gehalten. Ich habe heute einiges getrunken. Was zum Teufel ist los mit dir? So wie du aussiehst, hattest du wohl einen langen Tag. Ja, Reykjavik ist keine unschuldige kleine Stadt mehr. Noch einen. Reykjavik, er ist wieder da. Hallo Reykjavik. Wer ist denn? Du hast eine Ruhe geworfen! Ja! Für wen arbeitest du? Das Stadion ist voll! Wir müssen es evakuieren! Harley, mein Freund, wenn die Bumbe dich nicht umbringt, dann tu ich es. Es sei denn, du hältst endlich deine scheiß Fresse! Ist das etwa ne Trainer? Ist es warm? Du hast mir den Finger gebrochen. Du kannst den hier haben. Du hast eine Frage? Auf dem Plan des morgens? Ist es etwas, das nicht klar ist? Also im Grunde alles! Ich bin so klar. Das ist etwas, das nicht versteht, aber du hast, dass du einfach nicht geworfen hast! Es ist ein Grazer!